Will da wieder witzig sein, der Schwachkopf. Gurence, Kapuze, Goro, Neffi, Widerhund, auch mal Nils. Hier. Immer noch mit dabei. Scheiße, lauf, lauf. Morgen bin ich übrigens nicht da. Ja, also morgen ist es seit 150. Nein, das habe ich nicht. Oh Gott, ich glaube, ich habe Dalu gerandomt. Wenn Dalu tot ist, Leute, dann war ich es. Ich habe da oben, der Ding ist es geworden. Ja, hier ist es. Ah, ich habe die Banane. Ich habe es nicht mehr geschafft. Oh Gott, ich dachte schon so, wir reden gerade über Rambl. Schon habe ich einen gemacht. Kommt man ja auch raus? Der nächste, der Ram nimmt, der ist raus. Oh shit. Raus hier. Ist die Map so klein? Ach, hier geht es runter. Mach einfach auf die andere Seite. Ach so, ah, da ist es. Man kann ja auch noch runter. Ah, hallo, die Map heißt Hard Boys. Jetzt, wo Julia und Anne weg sind, ey. Hard Boys. Die heißt wirklich Hard Boys. Jetzt können wir die Map endlich spielen. Ja. Wollen wir die ganze Zeit schon. Nur für harte Kerle. Bin hier irgendwie eingesperrt. Deswegen muss der Agap hier aufgehen. Ja, deswegen ist Nefias auch eingesperrt. Da wurde auf mich geschossen von Goh. Ich komme hier nicht raus. Das muss hinter uns gewesen sein. Ach doch, Nefias, ich habe hier ein geheimes Eide. Das muss hinter uns gewesen sein. Nein, echt? Wie lange ist denn dieser Gang? Da ist er, man kann vielleicht nicht mehr rauskommen. Hier oben liegt ein Fisch. Zeig mir deine Primärwaffe. Achso. Ja, doch, es ist eine Weife. Nee, es ist eine Intervention. Kommt man hier echt? Das ist eine Intervention. Nein, ich glaube. Die hat auf mich geschossen. Man kann die Schöne irgendwie abschließen, oder? Ah, jetzt gehen sie auf. Kommst du mal davon. Bist du tot, Nils? Du kommst du mal davon. Leute, ich bin in so einem Bunker eingesperrt. Nils, du hast jetzt auf mich geschossen. Ja, du vorher auf mich, auch wenn du mich nicht getroffen hast. Ich habe mich getroffen. Oh. Ja gut, der Goro, der trifft halt nie. Das ist klar. Wo ist jetzt der Gryff? Leute, kann mich jetzt jemand hier rauslassen oder nicht? Nein. Wo denn? Wo bist du denn? Ja, weiß ich doch nicht. Ich spiele das erste Mal auf den Weg. Aua. Hard Boys. Hier bist du doch nicht zum ersten Mal, Junge. Hard Boys. Scheiße, in der Mitte ist du, wo ich war, erfasst. Ist Lava. Bin doch da. Oh, hier ist ein Shotgun. Wo ist jetzt? Muss ich jetzt hier ganz diesen Scheißgang zurück? Bist du böse? Kapuze hier. Sauber, wer hat die Tür aufgemacht? Den Arschhof nicht. Ich habe ihn nicht confirmed, wer das war. Good Gaming? Nein, ja. Ja. Was ist los? Good Gaming hat einen Deadring an. Ich war gerade eine Leiche mit einem Deadringer und hab... Scheiße. Du, du knallst mich doch nicht. Es muss Nils sein. Nein, nein. Das ist eine Lüge. Ich glaube auch, es ist Goro, weil er sich so aufgeregt hat, wenn ich ihn auf einmal angeschaut habe. Gart, das ist Kapuza. Nein. Loll. Goro hat es nicht geballert. Goro hat es nicht geballert. Goro hat es nicht geballert. Alter. Ich bin runtergefallen. Nee, ich habe gesehen, wer Grenze das ist. Goro, der war nie mit Indie. Schöner geht es gar nicht mehr. Goro, der hat dich mit einem Pfeil getroffen. Ich schwöre es. Grenze ist das. Das sah gerade so geil aus, Goro. Wirklich. Der ist weggeflogen. Wahnsinn. Grenze ist das und... Oh, sorry. Ja, doch, doch, doch. Ich glaube, ich habe einen Linger. Oh, shit, war das geil. Das sah so gut aus, Mann. Suchst du es doch, dass hier ein Detective ohne Detective rumläuft. Boah, ich hasse die Spinnen. Boah. Wo sind hier Spinnen? Scheiße. Ja, diese Headcrabs da. Ich hasse die. Vor denen habe ich Angst. Ah, ich werde angesnipert. Ja, heute noch. Wo mag der sein? Oh. Die Spinnen. Goro, nur konferen. Boah, ich habe so Angst vor dem Spinnen. Wie ist die letzte? Nee. Goro war es nicht schön. Ah. Ey, warte mal. Hey! Oh, ne, ne, wie ist es? Oh, ich habe keine Waffe. Oh. Ja. Nein! Oh! Von den Geräten beide in Panik weg und beide reten, kriegen wir noch dieselbe Route. Ja. Ey, wessen Deadringer-Leiche war das nicht? Das war meine. Das hättest du dann im Scoreboard sehen können. Ich war mit dem... Nein, nur wenn ich dich einmal kontrollieren kann. Ah, okay. Ich war mit dem DNA-Scanner nur dran und ohne... Und dann ist die Leiche verschwunden. Und dann ne. Ich dachte so, fuck, jetzt hat er mich. Und dann, jo, gut, Gaming ist es. Aber Nils, ich habe nicht auf dich geschossen. Ja, sorry, aber... Man kann als Traitor die Türen hier 30 Sekunden lang abschließen. Aber ich dachte, wäre es gewesen. Ja, der Headcrap-Lounge hat mich voll durchbohrt. Wir könnten schnelles Ende nehmen. Wir könnten beide sterben, wenn das jetzt... Oh, oh. Beide sind Traitor geworden. Beide sind Traitor. Damit bin er nicht kaputzt, ist Detective. Ja, fast. Man kann wirklich sagen, ja. Als ob. Natürlich, er hätte ich nicht abschießen können. Auch wenn er Traitor geworden wäre. Dann hätte jeder gewusst, dass du es bist. Na gut, stimmt auch nicht. Ja, verfolgt mich hier bei den Bananen. Hast du Hunger? Ja, mit einer Crowbar. Das reicht, wenn du noch Bananen oben draufsteckst. Das ist ganz schön weh. Das klatscht im Gesicht. Jetzt habe ich mir das gerade vorgestellt. Oh, Nils. Was denn? War da jetzt einer? Nein, da war keiner. So. Ich will nur, dass es ruhig ist in meinem Städtchen. Ach so. Der Nils hat halt mit einer Sword auf dem Geballert. Das ist schon echt gefährlich. Ich habe ja nicht geballert. Hallo. Ich habe überhaupt nicht geballert. Ja, ich brauche erst mal eine Waffe. Ja, ich gucke, hier wieder. Ich fahre dir, Botzer. Oh, die hingen direkt wieder runter. Juhu. Der verdient. Danke. Rise like a penis. Schmeißt hier Kram nach mir. Leute, ich bin jetzt der Hilfssherald. Keine Witze, aber Konfitter Wurst hier. Das stimmt natürlich. Oh, ich fall gleich, ich fall gleich, ich fall. Komm man hier runter, ohne Schaden zu kriegen? Lebt Goro noch? Ich lebe noch. Da habe ich mir in den Mund. Lebt dann eine kleine. Goro bei noch. Goro bei. Nee, Dalo hat geschossen. Hallo. Bist du bescheuert? Hier ist auch keine. Nils, Nils, wenn ich tot bin, knall Nils ab. Bitte gehen Sie weiter. Ich bin Hilfssheriff. Ja, weil ich testen wollte, ob die Lampe massiv ist, um da drauf zu springen. Ja, der richtige Sheriff. Wer ist denn der richtige Sheriff? Ich knall Nils, aber ich fass tot. Hier ist schon wieder. Ey, komm. Ich sehe da, wie du in der Ecke koppelst und schießt. Ja, als ob ich der Erste bin, der heute die Runde geschossen hat. Ja, aber der Erste, der war so verdächtig. Du bist es doch wieder Goro, ey. Du bist es doch. Nein, das war, nein, 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 Goro. Komm, wir treffen uns, dann treffen wir uns. Könnte Goro sein. Goro, ja. Hey, 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 Good Gaming, Good Gaming, der schießt auf dich, Goro. Ja. Good Gaming hat auf Goro geschossen. Goro? Dalo ist auch schon verletzt. Ja, weil Nils nicht angeschossen hat. Einer muss er ja. Nefias soll ich den Runde schreien? Nefias, dann töten. Hier. Goro, get down. Dalo ist es. Wo ist er? Ah, nee, Dalo wollte mich vertöten. Nein, ich bin's nicht. Ich glaube nicht, dass es, ich glaube, du kannst ihm nicht vertrauen, Kapuzzo. Er ist auch Eno. Er ist auch Eno? Warum erschießt du Leute, wenn du auch Eno bist, ey? Knall Goro doch jetzt ab. Goro war es nicht, es war Wita, hab ihn aber, hab ihn aber. Okay. Ey. Was denn? Das hast du jetzt nicht gemacht. Es tut mir leid, aber wir sind die Letzten. Was soll ich denn machen? Ich bin, du warst mal hinschüttet. Ich weiß nicht. So wie Obi-Wan Kenobi gegen Anakin Skywalker gerade. Weißt du, du hast mich beschissen, Darth Vader. Wo bist du? Komm her. Ich sehe nichts. Die Macht hat mich gut. Oh Gott, es tut mir so leid. Ja, ich habe dir vertraut. Und jetzt sterbe ich eine. Ja, was soll ich denn? Ich bin doch Yoda. Und jetzt fliege ich um. Leia, ich komme. Ich habe dich ja extra bis zum Schluss aufgesucht. Oh, das ist echt nie passiert. Ich wollte ihn gar nicht anschießen. Ich habe ihn aber erwischt. Und dann ist er ausgerastet, weil ich ihn halt angeschossen habe. Aber er war auch Eno. Was ist denn eigentlich? Die ist weg, ey, Nils. Was ist los mit dir? Komm, das erste Mal war eine Reaktion. Ich habe mich da nicht getötet. Aber im Zweifel, als ich dich getötet habe, war es einfach eine Reaktion, als mich einer von der Seite angeschossen hat. Also Nephi hat einfach volle Kande auf mich geflogen. Voll reingehalten. Und recht war das aber auch. Und ich habe auch auf Gorobai geschossen, weil er von der... Nils hat einfach wieder alle erschossen. Zwei habe ich erschossen. Ja, als Indo, ey. Was ist los? Was ist los mit ihm? Was ist los mit dir? Los mit dir, Junge. Das ist ja fast wie Airbus hier. Ey. Aber nur fast. Gorobai. Ja, schon wieder Nils. Ja. Du bist mein Lübel. Ich habe Schaden bekommen. Ey, leg den Propp weg, Alter. Leg den Propp weg. Leg den Propp weg. Es ist Vita. Leg den Propp weg. Ich habe es nicht gewarnt. Wo bist du denn jetzt tot? Oh, jetzt wurden die Türen abgeschlossen. Jetzt komme ich hier nicht raus. Wird das ist Sabin. Ja, der andere ist Nils. Der andere ist Nils. Nils reist zum Abschluss. Nils reist zum Abschluss. Ja, ich stand da. Ich stand die ganze Zeit über euch beiden. Du hast die Leiche erst confirmed, nachdem Kapuze kam. Ja. Ja. Und wo ist er? Nal den ab. Ah, über mir. Ah, scheiße. Und da hat er sich selbst umgebracht. Mein Tod war nicht gut. Beide überführt. Ja, er hat die nämlich erst confirmed als Kapuze gehabt. Oh, jetzt renne ich schnell zu Leiche. Ja, und der hat auch noch so entschuldig gefragt. So, warum bist du jetzt auf einmal tot? Ja, stand die ganze Zeit daneben. Ich stand über euch. Was? Ach, schlecht gemacht Nils. Na, Nils. Ach, halt die Klappe. Du hättest das hier nicht besser gemacht. Ich hätt dich auch nur erschossen, wenn du nicht eingewiesen wärst. Aber erst mal deinen Partner von hinten anschlagen beim Rundenbeginn, ist immer gut. Ey, ich hab selber viel mehr Schaden bekommen als du. Warum hast du das? Guck mal, obwohl meine Trailer sind, schießen sie sich ab. Ich hab den Schaden bekommen, ich war's nicht. Das knallt einfach jeden ab. Es muss ein Prop oder so gewesen sein, weil ich hab den Schaden ja auch bekommen. Anscheinend hast du ein Prop, ey. Ein Problem, ey. Mit den Spielregeln hast du ein Prop, ey. Eine Taube hast du doch. Du hast ein Prop mit den Regeln, Nils. Den musst du dreimal bringen, damit der lustig ist, oder was? Ja, halt die Klappe, Nils. Aber die Regeln sind auch zu schwer, Nils. Ist gut, Nils, hallo. Können wir jetzt mal mit random killen, Nils? Was ist da los, Nils? Gleich schluss der Detective ab, dann gibt's gerade. Soll ich? Ja. Entschuldigung. Gut. Was ist hier gerade passiert? Wir haben auf den Forst geschossen. Jemand hat irgendeinen Traitor, die Durchgänge blockiert. Alarm. 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 Kam auch ein Beitrag. Da kommt, Kapuze kam da raus. Wo man das machen kann. Die Dün gehen auf. Ja, aber aufmachen kannst du sie, glaube ich, nur als Traitor, wenn sie blockiert sind. Ehrlich? Aber dann waren das andere Türen, wenn die blockiert sind. Nee, die sind blockiert, die sind blockiert. Oh, oh, was ist das? Wer war das? Kapuze, hier ist nur noch ein anderer gewesen. Das war ich. Ich glaube, das war Nephi. Da, über dir war Nephi. Ja, ich habe nur noch... Wow. Jetzt schmeißt der noch was anderes. Die Türen gehen nicht auf. Warum brennt es hier so krass? Ich habe einfach eine Granate dahin gebracht. Nein, weil Nephi hat da ein explosives Fass als Falle hingestellt. Genau, weil ich detekte sie. Warum macht Nephi sowas? Weil er der Detective Traitor ist. Ja. Nephi. Meine Farbe unten ist orange, nicht blau. Oh, hey, was machen sie da drüben? Hier, Salade. Was machen sie da drüben? Nils ist krass, Leute. Was hast du für eine Granate gemacht? Oh, Nils, die explodiert! Ich habe einen Geheingang gefunden, aber da kommt man nicht... Doch. Nee, der ist scheiße, Nils. Da kriegst du irgendwie eine halbe Stimme. Ja, da kriegst du eine halbe Ewigkeit durch. Ist mir egal. Geh mal ruhig durch. Nils, was machst du hier in der dunklen Hänge? Ich zähle die ganze Zeit auf dich, während du da hier rumspringst. Ja, und warum tust du das? Weil, Freunde, dann... Auf welche Chance wartest du? Nee, um zu brüllen, ist das auch du. Nee, ich hoffe, ich will... Au! Ey, 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 ey! Hast du gerade eine Bananenbombe gedroppt? Nein. Was ist das hier? Ja, eine Banane. So was... Aha, eine Bananenbombe. Kapuzo ist fast down. Ja, weil... Es ist nichts passiert, es muss anders sein. Das war Nephi. Goro ist es! Er hat... Goro hat gerade... Goro hat ihn gerade erschossen. Das stimmt nicht. Goro hat ihn erschossen. Das stimmt nicht. Ich war dahinter. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich hab's doch gesehen. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich kann leider nicht auf Goro schießen. Entweder ist es Dalu oder Goro. Ja, dann knallt ihn ab. Da, hier war das. Good Gaming. Ich kann's nicht gewinnen, denn ich war in dem Geheimgang. Also Dalu hat auf jeden Fall einmal geschossen mit der Pumpe. Ja, weil ich auf Goro dann schießen wollte. Ich weiß nicht. Weil er hat ihn erschossen. Groß von mir. Ich hab' die DNA hier. Ich bleib' hier stehen. Ich fahr' es nicht. Giet das Ziel auch? Nils und Goro hängen da zusammen. Es hat sich irgendwie sehr ausgubriert. Wir haben doch gerade den Text aufgefragt. Was ist los mit dem Goro? Nils und Goro. Überführt? Ja, und jetzt hat er noch diesen Lacher dahinter. Nils und Goro. 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 Kapuze, kam Kapuze gerade von hier wieder? Ne, Kapuze kam von hier. Kapuze stand hier auf jeden Fall mit Goro während da der... Dalu ist es, Dalu. Dalu. Wo ist er? Kapuze auch. Ich hab' dich doch. Oh, nice. Sauber. War das grad geil, ne? Ist er weggeflogen. War das Dalu seine? Ja, das war's. Das sah richtig geil aus. Aus meiner Sicht, weil da war ja noch Slow-Mo an und der fliegt dir so entgegen, ey. Aus meiner Sicht war das richtig geil. Richtig geil. Du bist doch der Trailer. Du hast doch mir Minuskarme absichtlich gegeben, indem du reingerannt bist. Ja, indem du auf meine Mörtyrer gerannt bist. Wer hat... Das gibt dir noch Minuskarme, ey? Ich hab' ihn ja umgebracht. Aber Dalu hat Kranz getötet, oder? Ja. Ja. Ja, Hä? Ja. Und Goro so, das war ich nicht, nein. Ich hab' schon fast geweint. Goro ist's lieb. Oh Leute, jetzt macht den Detective mal an bei euch, ey. Ey, ey, ey. Ich sag' noch, hier Kapuze ist ungefähr. Oh shit, nein, ey! Wer hat das getan? Jemand wollte Dalu mich töten? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ey, Goro! Was ist los mit mir? Ich glaub, Goro's traitor. Ich glaube nicht. Wo ist er denn? Was ist los mit mir? Ding, 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 ding. Ich habe leider nicht gesehen, wer da von der Leiche weggerannt ist. Also ich glaube, Vita ist es. Das glaube ich weniger. Okay. Ich glaube, das ist der Goro, der da gerade unten kommt. Oder dahinter der Goro! Oh, ich war das? Es ist Goro. Ne, ich bin das nicht. Aber hallo. Nein! Mach sie, mach sie! Mach ihn! Das gibt's nicht. Oh, bist du schlecht, Nils. Nein! Ich wollte gerade noch mit dem Spider-Hook schnell weg, ey. Goro da. Was ist los mit mir? Wer von euch hat mich gekillt? Das war Goro. Nein, ich bin an Something World-killed da, Luca. Ja, weil jemand hat auf das Fass geballert. Aber ich war das nicht. Aha. Wir sind gerade beide am Pass vorbei. Aha. Und du warst tot. Und dann habe ich mir den Abstabber geholt. Ah, das kann ja nur Nils gewesen sein. Nein, war ich nicht. War ich nicht. Ja, 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 ja. Nils. Der einzige mit unter 1000 Karma. Aber ne, der Punkt ist. Ich war ein Traitor. Du hast auch keine 1000 Karma, ey. Ja, aber ich kann mich nicht selber abschießen, um dafür Minus-Karma zu bekommen. Wer sagt das denn? Aber ich kann dich auch nicht abschießen, um dafür Minus-Karma zu bekommen. Ja, weil die Traitor war's. Bappe, Goro Kotze hier. Auf, ich fang in der Granate. Hallo, was soll das denn? Das ist alles Katze. Oh, Nils. Alter, Nils, ich hab drei Schaden genommen. Gott, shit. Das gibt Krieg. Vendetta. Verfahr la Vendetta. Da musst du mindestens fünf Schaden kriegen jetzt. Wow. Wenn wir das wieder aussehen. Doppeltes Fass. Doppeltes Lodge. Doppeltes Lodge. Doppeltes Lodge. Kapuze? Nee, ist keine Kapuze. Kapuze schon wieder. Guck mal, nur Dalu und ich werden Detective. Habt ihr das alle aus? Wir haben's alle anderen aus. Kapuze? Was? Hier hinten eine Lecke. Oh, unser Klapp. Inzi, Inzi. Das war Nils. Lauf, Leute. Das war ne echte Inzi. Warte mal, Goro, geh weg. Okay, Goro schießt nicht auf Nils. Dann ist es Goro und Nils sinds. Ich hab sie angekündigt. Ich hab sie doch angekündigt. Das ist egal, ich hab nichts gehört. Ja, ja, gepiet. Warum schießt du dann überhaupt eine? Soll ich? Weil es kann. Einer muss einen angekündigt haben. Der kann's aber nicht fehlen, wenn's nur das ist. Ich hab das gesehen, Goro. Ich hab das gesehen. Goro ist es. Goro ist es. Goro hat mit 50 Schaden gemacht. 50 Schaden. Er hat ihn gehauen. Ich hab das gesehen. Aber mit 50 Schaden. Aber mit 50 Schaden. BANAMENBOMBE von VITAWUV. Oh Gott, das ist echt eine. Shit, das war wirklich ne BANAMENBOMBE. Lauf, Freunde. Ich sterbe ohne. Dalu ist tot. Ich sterbe ohne. Oh, ein Däffi. Oh. Oh. Bist du's auch? Ja, klar. Komm, ey. So. Wer ist denn der letzte? WIDER! Was? Ist jetzt unfair. Weise dafür. Ich wollte grad hoch. Ja, nicht so, dass das angekündigt wurde mit WIDER. Bananenbombe von VITAWUV. Was? Das war ja wirklich ne Bananenbombe. Aber von wem? Von wem? Von wem? Von wem hab ich den drücken. Eine Bananenbombe hier auf die Bananen zu werfen. Das ist einfach so cool. Vielleicht so ein VITA Gaming LP. Du weißt, was VITA so alles ist. Und dann hat er mich dann auch weggelackt, ey. Ja, das war schon. Mega lack, ey. Richtig geil. Richtig geil. Wahnsinn. Was ist los mit dir? Ach, danach hab ich noch einen weggelackt. Ich weiß aber, der war Goro oder so. Irgendeiner wollte durch die Tür dahinten. Nee, das war ich. Ich bin an der Bananen gestorben. Ah, das war so cool. Irgendeiner wollte durch die Tür und dann patsch weg waren. Fand ich gut. Gott, mein Bananagarn. War mal selten. Hat er auch mal ne Runde geholt. Ja, ich bin richtig zufrieden. Wir haben noch ein liebes Tagesruf. Wer hat hinter dir geschossen? Ja, keine Ahnung. Ich war's nicht. Ja, hab ich gesehen. Du warst ja bei mir. Doro frei zum Abschluss. Ja warte, dann sind wir ja safe. G&G wieder. Doro bei ist es. Doro bei ist es. Doro bei ist es. Doro will sich jetzt nur wieder auf meinen Lorbeeren aussagen. GAMING! Oh Gott. Warum denn auf deinen Lorbeeren? Weil ich der Detektiv bin. Ah! Ist da einer tot? Nee. Richtig gar nix an. Hier liegen überall Bananen, ey. Bist du richtig paranoid. Die Tür gehen nicht auf. Die Tür gehen nicht auf. Nee, die Tür gehen nicht auf. Oh, da bin ich eingesperrt hier. Was passiert jetzt mit mir? Nix. Die sind einfach nur zu. Äh, die Wände kommen jetzt gleich. Die Wände kommen gleich. Die Wände kommen gleich. Oh nein. Arsch. Ah, lass mich auf. Kommt da ist hier wieder. Arsch gelandet. Hast du ein bisschen zu dick wieder? Das geht so nicht. Ja, ich geh schon noch von. Okay. Duty aiming. Ready. Au. Ich muss echt abnehmen, bitte. Hat jemand den Melon Launcher gehabt? Au. Die Melon Launcher. Geht wieder auf. Na, da. Ich glaube es ist Kapuze, der es schon hört. Ja, ich bin runter geflogen. Aber ich hab's mir runter mitgetracht. Wenn hier in dem Raum ne Leiche drin ist. Wobei. Ja, dann bin ich es. Was? Du bist... Hier ist alle! Da ist keine Leiche. Wieder. Oh, die Türen sind wieder zu. Oh. Ey. Yalu konnte sie trotzdem öffnen. Yalu konnte sie trotzdem öffnen. Yalu konnte sie trotzdem öffnen, ey. Yalu konnte sie trotzdem öffnen, ey. Yalu konnte sie trotzdem öffnen, ey. Yalu konnte sie trotzdem öffnen. Und da auch Good Ganger einheben. Da war der da wo gut. Ich glaube echt, du hast gerade eine Hinsie auf mich geworfen. Ne, hab ich tatsächlich nicht. Also... Ja, das würde ich auch sagen, wenn ich Trader wäre. So eine Banane. Das ist wahrscheinlich eher eine Bananenbombe. Wie wollen wir die Sache jetzt regeln, Kapuze? Ach, ich würde sagen... Ich frage Jesus und dann... Ich frage Jesus und dann... Du willst doch nur wieder auf mich schießen. Ja, ich bin nicht so gläubig. Also mit Jesus fragen habe ich's nicht so. Ja, ich bin's ja. Deswegen frage ich ja. Er hilft mir. Achso. Du darfst mir aber auch gerne mit der Crowbar auf den Kopf hauen. Ne, das weiß ich nicht. Auf den Kopf. Mein Auge ist blöd. Hey, hat er eine Crowbar, dann ist er Traitor. He. Eben, die anderen haben doch alle Live-Saver. Oh, das war es kann, Goro. Hast du den slicken Move gesehen? Oh! Es ist der da gegenüber! Wie ist das? Sag einen Namen! Ich kann's nicht! War das gerade Goro? Nein! Ich werfe da eine Brand hin mit Timing und... Wenn ich zu Not sage ich deinen Namen, Junge. Ich kriege die... Zum Not. Es ist Nefi! Es ist Nefi! Ist er da oben? Nefi! Nefi! Hör auf Nefi! Ah! Gut Gaming! Du bist gut Gaming, ja? Ja! Könnte auch ich sein. Du bist gut Gaming? Ich kann doch die Beine ausfallen. Nicht! Guck mal, wo ich bin, ey. Mach ich doch auch... Also Nefi war auf jeden Fall ein Traitor. Und gut Gaming ist der andere! Ja! Wo ist er denn? Da liegt ein Fisch! Baby! Beine gebrochen! Verpust ist tot! Dalu lebst du da hinten noch? Bist du das? Immer noch da hinten? Ich hab grad einen Scheißschädel im Visier gehabt! Dalu ist tot, Granz! Musst du leider schneller sein, mein Freund. Granz? Ah! Scheiße, wie machen das jetzt? Nein! Ach, automatische Scheiße! Haben wir's geschafft? Ey, ich hatte die volle Aufmerksamkeit von allen anderen Innos. Und Good Gaming macht daraus nix, ey. Alle haben sich auf mich konzentriert. Er hat auch mit drauf geschossen. Ich bin noch extra hingegangen und hab deswegen Kapuze getötet. Ich geh doch nicht mal um. Im Zuge dessen auch da, Lukas. Die größte Gefahr hat er aus dem Weg geräumt. Ja, Granz ist recht. Du hast die meisten Punkte, Kapuze. Ja, eh. Ich bin auch die größte Gefahr. Die größte Gefahr für alle anderen, ne? Die größte Gefahr fürs eigene Team. Das ist eine true story. Warum kriegst du als Traitor Punkte? Wieso, dann hab ich ja einen guten Job gemacht. Als Detective kriegst du da auch ziemlich viele Punkte, ne? Ich finde das war gut. Das Spiel erwartet doch, dass du jetzt inno stirbst. Wie willst du denn da gut Punkte machen? Er wollte mir alles schlecht reden. Und wenn ich Lotto-Sexer kriegst... Ich glaub, wenn du Traitor als Inno killst, kriegst du auch Punkte, oder nicht? Sexer im Lotto. Vorsicht, Nephi, das... Oh! Respekt, Kobo. Haha, Nephi. Das war's. Ich glaub, Granz hat nen Deadwinger angemacht. Ich kauf den Deadwinger nie. Das ist doch jetzt ne Aussage. Mita, Mita, wofür Respekt? Ey! Die Scheibe geht kaputt! Wolltest du gucken, dass ich hier hochkomme? Ah, das ist Gift! Mita, Mita! Lass es lieber! Wer war das? Mita, bist du schon hoch? Dalu, wer... Botstar! Was denn? Dalu, schmeißt du die Plasmas hier? Ja, weil ich dachte... Wo denn? Ey, Goro ist es! Goro ist es wirklich! Und wo? Wo? Weiß es jemand? Hier ist er. Ab ihn, ab ihn. Ich hab mit drauf geschossen. Ab den... Ab den... Ab da, Junge! Ab da! Ich steh doch hier oben, ihr Lümmel! Hier bei Vida, der sieht mich die ganze Zeit! Ne, Fili ist auch tot, aber... Vida, ich seh dich! Vida, wenn du mich abschießt, dann wissen die es, ne? Ich glaube, ehrlich gesagt, das... Ja, Vita oder Dalu. Ich hatte eher Angst, dass du mich abschießt. Vita oder Dalu! Ne, würde ich nicht tun. Äh, äh, Kapuze, Vita, Dalu. Die Einzigen, die in die Frage kommen... Scheiße! Oh Gott. Das macht er jetzt... Ey, Vita! Ist es Dalu? Ja, Dalu ist es. Vita ist einfach... Das würde ich... Vita, das warst nicht du gerade, oder? Ne! Okay, immer noch Dalu, der darf... Ja, ja! Dann hole ich! Da hinten ist er! Da hinten! Bin ja schon drauf! Ja, ja, warte, warte, warte! Vita, ich komme! Ich komme! Mein Boy! Au! Scheiße! Was ist mein Frosch! Au! Au! Oh! Was war das für ein Frosch? Herrlich! Warte! Schildkröte, kein Frosch! Was ist das denn Ding? Eine Schildkröte! Die hüpft rum, die greift einen an! Ja! Ich hab euch da in diese Kammer eingeschwimmen und dann die Turtle da reingeworfen! Ist das ein Item? Nein! Ja, das kannst du als Trader kaufen! Habe ich gefunden! Habe ich gefunden! Ja! Nein, nein, ich dachte, das könnt ihr auch von der Website annehmen! Ja, ja, die kamen aber erst nach 28 Runden zum Vorschein! Die wächst erst doch an! Weil ich nachladen musste! Ja, ja, ja! Du hast du nicht gesehen, dass das an den Turtle flogen! Dalu kann, wirft da mit Sachen! Ja! Ja, das war ne Schildkröte! Dalu wirft mit Sachen! Habe ich damit irgendwas? Es gibt keine einzige Schildkröte auf der Map, aber... Boah! Alter, ich hab noch ein Leben! Good Gaming! Ich hab das nicht gemacht! Den verprügel ich jetzt! Das warst du selbst, ey! So ist er! So ist er! So ist er! So ist er! Ich wollte das nicht! Ey! Es tut mir echt leid! Ey, Vita ist es! Du hast doch gerade geschossen! Warte, hab ihn gekillt! Hab ihn gekillt! Ja, siehste! Haben wir gut gemacht! Dann ist Vita ja safe! Dalu ist tot! Aber ich schrie da dachte ich echt, dass es doch Vita war! Nee! Der hat reingeschossen auf Dalu, das hat man gesehen! Deswegen hab ich auch nie drauf geschossen! Ich hab den Botze gekillt! Hallo! Probierst du dich runter zu drängen! Nefi! 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 Kapuze ist es doch! Hau ab! Nein, ich trottel! Nein, Kapuze hat gerade einen Trailer umgehauen! Also Kapuze und Vita sind safe! Kapuze und Vita sind safe! Also Nefi! Nefi! Ja, dann ist es Good Gaming! Der hat sich vorhin am Anfang halt selbst gekillt schon fast! Das kann ich nicht gewesen sein, Mann! Ja, also der Inno kann den anderen halt umbringen! Ja, Good Gaming, wo bist du? Halt! Ja, den Trailer halt! Weißt du was? Wie nennst du den? Ich glaub, Vita hat da was gesehen! Ich glaub ja, dass es Good Gaming ist! Und was mit Kapuze? Ich hab doch Dings gekillt! Oh Gott! Es ist Good Gaming! Ich wurde gerade angeschossen! Du hast es nicht von mir! Kapuze ist dahinten! Wo, wo, wo? Au! Nein! Sorry Nils! Ja, ich trottel habe, wo du Stamin abgekauft hast! Ja, hab ich dann gesehen! So, du trinkst was! Ich so, hä, seine AP geht nicht auf! Aber dafür rennt er schnell! Ich wollte die Runde einfach schnell beenden, weil ich hab Nils auf einen runtergeballert! Oh Gott, du warst das! Ja, ich hab da ne Falle aufgebaut und hab gesehen, geil, da ist einer! Und er schießt erstmal Good Gaming ab! Und Gaming stirbt, ich krieg gar keinen Schaden und er steht da fast tot, ey! Ich hab das nicht so schnell gerastet! Dann hab ich mir noch extra, weil ich ja fast tot wäre, ne M gekauft und dann stirbst du! Da stand ich da mit einem Leben und so ne scheiß Granat, ey! Oh, das war gut! Und noch ein M gekauft! Was ist mit den Vokalen, ey? Ich möchte ein M kaufen und möchte lösen! Das war Bozza! Okay, jetzt knall ich Good Gaming! Kann ich auch! Goro hat sich selbst getötet fast, ey! War ich nicht! Nein, da war ein Fass wieder, ja! Ja! Das war Nils! Ich hab wieder das G gesehen und ich dachte, das war Nils! Ah, Good Gaming ist auch schon wieder fast tot! Ja, weil Nils das war! Oh, halt! Ey, Kapuzzo! Was hast du da? Was? Nix! Was hast du da in der Hand? Wer ist denn jetzt hier gestorben? Ja, Nils! Okay, hier! Ah, Vita Wolf! Oh! Und Gaming, ey! Hat die alle umgebracht! Ich hab Vita Wolf getötet! Und Gaming! Das war ein Selbstmord! Das war doch Selbstmord, ey! Ich war das nicht! Kapuze! Ja, was ist mit Kapuze? Was hast du denn gemacht? Der ist Hilfssheriff! Der ist denn... Ne, ich bin safe! Den müsst ihr erstmal jetzt auch nicht vorlassen! Warum ist er safe? Sag mal bitte! Alter, hau ab, ey! Ich mach nicht, Junge! Das war die einzige Bewerbung, die ich auf dem Tisch liegen hatte! Ich knall erstmal Kapuze ab! Wie jetzt ehrlich? Warum? Hey, erste Hilfssheriff! Hallo! Ich knall dich jetzt... Ich mach nicht, Junge! Ich mach nicht! Ich komm nicht, wenn ich den Weg dann da drüben finde... Alter, jetzt schießt er! Das ist ein vielversprechendes Talent! Kapuze schießt auf mich! Was ist da los, Sheriff? Deine Ausbildung ist für'n Arsch! Was ist das? Mach mich! Er macht mich! Ja, du bist es doch! Hey, hey, hey! Ich witz doch nicht, du... Ja, er ist es doch, oder? Es muss Nefi, oder? Ja, er schießt! Ey, ey, ey! Er hat doch auf mich geschossen! Ey, ihr seid doch so... Ich töte mich jetzt hier! Schieß mich ab, Kapuze! Ich spring jetzt grad runter! So! Töte! Töte! Gute! Häh, ha, 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 ha! Häh, ha, ha! Alles still! Ah, Kapuze! Du, Hund! Lalle! Oh, wie er sich freut! Jetzt nur ne Sekunde durchhalten müssen! Bis dann Leute, tschüss, tschüss, tschau